Heyo, was geht ab? Hier ist euer Redmarek und wir werden euch jetzt zeigen. Jetzt noch mal eben kurz vorweg ein Danke an Max, dass er mir das gezeigt hat bzw. auch geholfen hat hier. Also, ihr müsst in den Passivmodus, um hinten in der Ladefläche zum Titan reinzukommen. Ja, erstmal den Passivmodus einschalten. Natürlich, euer Kollege muss als erstes vorne schon mal einsteigen, sonst geht das nicht. Dann macht ihr den Passivmodus an. Wartet ihr die Zeit mal kurz ab. So, ja, dann könnt ihr euch eigentlich schon direkt auf die Bänke raufklettern, denn seid ihr schon eigentlich drinnen. Jetzt kann euer Kollege abheben, wie bei mir jetzt hier. Ja, kein Halt. Aber probiert das mal aus, ist recht witzig. Ich habe es versucht beim Cargobob, beim Cargobob hat es aber nicht geklappt anscheinend, weil, keine Ahnung, man konnte dann nur ins Büro klettern. Auf jeden Fall haben wir das nicht hingekriegt. Wenn ihr es hinkriegt, ist es natürlich klasse. Ja, das war es eigentlich jetzt direkt von uns. Ja, wenn ihr Bock habt, lasst natürlich ein Abo, Dislike, Like, Kommentar, alles da. Und haut rein, ciao.